Der Sniper-Mayer fragt Pete Smeet. Könnt ihr prädikten, wie groß die anderen Jungs sind und sagen, wie groß ihr seid? Okay, damit dann in dem Video funktioniert, also ich bin 1,86. Jay ist wahrscheinlich genauso groß. Wenn wir nebeneinander stehen, kann ich euch nicht genau sagen, wer größer ist. Vielleicht auch 1,87, vielleicht auch nur 1,85. Ich sag mal, Jay ist auch 1,86 groß. Pinner ist 1,76. Christian ist... Ich glaub, Sepp ist ein Ticken größer. Ich sag, Sepp ist 1,78. Und ich sag, Christian oder Peter, ich weiß gar nicht. Christian 1,75? Irgendwie so. Also ich müsste so 1,77 sein oder 1,78. Boah, ich glaub zuletzt gemessen hab ich vor 20 Jahren oder so. Nehmen wir mal 1,77. Sepp müsste auch so um den Dreh sein. Peter... Boah, Peter find ich schwierig. Manchmal ist Peter größer als ich, manchmal aber auch nicht. Das kommt mir immer drauf an, wie hoch seine Haare stehen. Okay. Peter ist 1,79. Dennis würde ich schätzen auf 1,85. Und Jay auf 1,87. Ich bin 1,86 groß. Und... Okay, fangen wir an. Sepp... 1,75. Christian 1,72. Peter 1,74. Und Bram 1,80. Ne, 1,83. Ist glaub ich eh nicht groß. Okay. Insoweit bin ich richtig, richtig schlecht. Ähm... Ich bin 1,76 laut meinem Personalausweis. Und Sebastian ist... ...so groß wie ich ungefähr. Lass mich mal kurz überlegen. Sebastian und Christian. Tun wir uns viel von der Größe her? Ich würde sagen, nein. Ich würde die beide halt auch so um die 1,76 anordnen. Und Bram und Jay sind logischerweise größer. Da hatten wir auch mal die Diskussion, wer größer ist. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich würde aber sagen, dass beide schon so... Aber wie groß sind die wohl? Keine Ahnung. 1,85. Die 10. Die größer als wir. Ja doch, das könnte schon hinkommen, würde ich sagen. 1,84, 85. Hätte ich jetzt beide ungefähr getippt. Aber wie gesagt, ich bin auch schlecht in sowas. Mal gucken, was die Realität ist. Äh... Ich glaube, alle... Also bis auf Peter. Peter ist so groß wie ich. Peter ist 1,76 oder so. Ich glaube, wir sind beide 1,76. Äh... Jay ist bestimmt 1,85. 86. Äh... Bram müsste auch ungefähr so groß sein. 1,84. Ist Bram größer oder Jay größer? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, aber Jay ist schon echt groß. Und Christian müsste auch so wie Peter und ich sein. Vielleicht 1,78. Vielleicht einen Ticken größer als Christian. Ha.